So, also, wenn ihr neben dem Pinguin steht, werdet ihr ein bisschen wärmer. Okay, also, ihr müsst aufpassen. Ich warne euch vor, wenn ihr hier runterfallt, seid ihr ganz tot. Es gibt keine Möglichkeit, euch mehr zu retten und eure Kleidung auch nicht. Ja. Das heißt, wenn ihr irgendwie wertvollen doppelten Stuff habt, tut das gerne, Pingu. Dann geht ihr mal rum. Also, das ist... Manche Leute sind richtig gut und schaffen es trotzdem. Dann machen wir das mal so. Wir dackeln hier mal los. Ab wann muss man krass springen? Das wirst du rausfinden. Aber als Tipp, es ist hier ein bisschen labyrinthmäßig gemacht. Also, kennt ihr das, dass man sich immer rechts halten muss in einem Labyrinth? Oh, you can say it in German. Okay. Okay. I'm too stupid to say that it's German now. Es ist halt eine begrenzte Welt. Ja, aber ich wollte den Witz mit dem Weltrand sagen, dass man wie im echten Leben von dem Rand der Welt fällt. Aber das versteht man noch nie im Leben. Open Vault bedeutet ja einfach, dass du überall hin kannst. Ich weiß, aber ich wollte den Witz bringen, dass wir auch auf einer Scheibe leben. Nicht auf einer Kugel. Versteht ihr, dass man vom Rand der Scheibe fällt? Ich bitte dich. Können wir einfach dieses Labyrinth eben machen. Also, ihr müsst euch immer rechts halten. Hier. Weil es ist halt ein Labyrinth, ne? Also immer rechts, dafür laufen wir uns auch nicht. Guck mal, du bist schon vorbeigelaufen, Tim. Klappe. Pass echt auf, wohin ihr läuft. Nee, aber Zündpulver... Ich vertraue meinem Instinkt, dass es nicht läuft. Ja, guck mal, Marco, mach's richtig. Du bist schon wieder vorbeigelaufen, sag mal. Geh du mal vor, Marco. Tim kriegt das nicht hin. Ey, okay. Ist das so, oder? Du bist in zwei Mal vorbeigelaufen. Sag mal, hast du da gerade hingeköttelt? Ach du Scheiße. Dann sterbe ich schon mal nichts als erstes. Ist das auch ganz okay? Oh, Scheiße. Kannst du jetzt auch nicht weiter. Klar geht's da weiter, oder? Verantwortlich machen, den Hingeköttel zu haben. Wie, da geht's nicht weiter? Hör mal rechts. Ich hör irgendwas, Leute. Hört mal. Hör mal irgendwas. Wir sind ja mit 70 Currys. Warum hör einfach mal? Ich hab keine Sau und ich muss jetzt mal den Zaun einschieben. Ey, irgendwas ist hier. Ich koche an vier Stellen gleichzeitig. Ja, ich mach mal alles. Es gab Valorant und Warframe in den letzten Jahren. So, ich denke, das ist nicht komplett auf der Tafel. Huh? Was consider wir als Schüttling-Games? Spiel Schüttling-Games! Oder du bist meistens Adventure. Wir spielen meistens Adventure. Nicht Shooters, oder? Ich sage Valorant. Okay, könnt ihr weitergehen? Wie ist das Adventure? Ja, aber da geht's nicht weiter. Ja, dann hier. Einfach mal rechts. Nice, ey. Jo, da will ich nicht weiter. Da oben rechts. Ja, ist ein Monster. Ja, hier rechts. Oh Gott, ey. Ich hab Angst, Leute. Warte, ich... Okay, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Zurückziehen. Seid ihr vergiftet? Seid ihr auf euch vergiftet? Ich nicht. Ich hab einen Totenkopf. Totenkopf? Also, hast du das Gift? Weiß ich nicht. Zähl da eine Zahl runter? Zähl da eine Zahl runter? Nein. Okay, dann bist du einfach nur angefressen. Ich hab ein Problem. Oh. Kasto, wat? Was ist denn ein Kasto? Biber. Ihr könnt ja auch geduckt gehen, oder? Das geht's schnell raus. Ja, aber schaut mal. Da hinten ist noch die ganze Meute. Also, ich wollte dir helfen, aber das haben wir... Könnt ihr mal eben nachladen und hier hinfeuern, bitte? Kann ich, kann ich dir helfen? Kann mich hier raus, also dann ja. Ich wurde betäubt durch irgendeine Power oder so und... Okay. Ich greife an. Och, jetzt seh ich wieder überall diese... den Schmutz hier. Oh! Wo kommt ihr, du, denn her? Oh je, zurückziehen, zurückziehen. Müssen wir so ein bisschen kiten, Leute. Oh, ihr habt alle. Oh, Kacke. Ja, ihr habt das. Alle auseinander, alle auseinander. Alle auseinander. Ja, ich bin weg von euch. Kommt ihr klar? Ja, ja. Habt ihr noch genug Heilsachen? Ja, ja. Alles, alles chillig. Okay. Wir spielen nicht auf der Titanic. Wir spielen nicht auf der Titanic hier. Wir spielen nicht auf der Titanic. Ja, ja, das ist wahr, das ist wahr. Okay, das ist nicht ein Shooter. Kommt mal. Das ist ein Taming-Game. Bitte? Ein Taming-Game. Ja, ist es doch, oder? Wir sind nur Taming. Taming... Uh, Animals. Das ist für die ein Taming. Und wenn die auf dem Bopper wissen, wir uns Heil verteidigen. Ja, ja. Und, um, they said, we just need this gun for protection. So, it's a Taming-Game. Und wenn sie nicht getamed werden wollen, dann zwingen wir sie dazu. Und er sagte, wenn sie nicht getamed wollen, dann wollen wir sie... We... 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 Was heißt dringend? Forced them to... We make them... Want to be tamed. No, no, we forced them. Holy moly. Oh, Marco... Ich hab noch 14 Sekunden. Ich hab noch 14 Sekunden. Holy moly. Ich bin zwar auf sie gerade. Ich hab noch 14 Sekunden. Okay, ihr sagt Bescheid, wenn's euch... Wenn's euch gut geht, ne? Noch 5... 3... 3... 2... 1... Und ich bin nicht mehr ansteckend. Ja, schau nicht. Ja, auch nicht? Dann kann ich zeigen. Ich muss mich aber erst mal hochheilen. Hm, okay. Ich mach mal hier den... Du, die kaputt. Kann ich mal anders ne Fackel hochhalten? Ja, klar kann ich das. Unter Umständen schauen. Du musst drauf fallen, oder? Nö. Ich bin voll. Oh, ich seh einfach nichts mit der Fackel. Ich seh nix. Ihr seid so hell. Ich seh nix. Ich hör nur mi, mi, mi. Ich hör hier ganz viel. Ich seh hier auch ganz viel. Ja, was doch, Mario. Erstmal sich hochleveln. Ja, hoch rein. Ja, nee, ich geh nicht weiter. Ich mach nur die toten Körper hier kaputt ein. Oh, ich geh wieder zurück. Nevermind. I don't care. I don't care. Scheiß auf die toten Körper. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Oh Gott, ich geh ganz weit weg. Sind auch überall, du, die Moody's. Könnt ihr so ein bisschen zur Seite gehen, weil ich hab Schüsse und ich möchte nicht vorne stehen? Danke. Ich möchte nicht vorne stehen. Nö, du bist vorne. Du bist vorne. Schau mal, da oben ist ein... Guck mal, hier ist so... Was ist das? Guck mal, da oben. Kissen. Sofa-Kissen ist hier in der Wand. Nice. Fressen, Kopf. Da sind etwa zwei Biber-Dämme an Land. Ist euch auch kalt? Vielleicht kommt da noch Wasser hin. Ja, ein bisschen. Aber... Ich hab halt Angst, dass wenn ich den Pingu schnappe, dass der Dud stirbt. Kuscheln wir ein bisschen mit dem Biber. Ach, er mit dem Biber ist das schon. Oh, der reicht nicht. Er ist nicht warm genug. Ich muss warten. Oh ja, perfekt. Braver Pinguin. Oh, ihr alle knudeln mit dem Pinguin. Hm, aber mir ist trotzdem noch kalt. Ja, kalt schon, aber nicht eiskalt. Doch, doch. Eiskalt? Ja. Oh, okay. Komisch. Ja, ich hab'n Helm an. Nicht, hab'n kurz ausgeblendet. Gut, dass du spielst RPGs. Ich mag Schöner. Okay. Es ist auf welcher Schöter. Ich meine, ich mag wirklich Borderlands, aber Borderlands ist nicht wirklich ein Schöter. Es ist aber ein PvE-Shooter, also ist gut. Einer meiner Lieblingsgaben, ehrlich gesagt. Aber ich hab' sogar mit Fackel noch. Und ist er nicht willig, so brauche ich Gewalt, schreibt Flörny. Ja doch, so könnte man uns an Zeva beschreiben, oder? Hier, das Spiel. Okay, seid ihr bereit? Ja, ich hab'n kleines Häuschen zu bauen. Okay, ja dann. Ein Häuschen. Nachladen. Warum? Wann das? Bei Vulcano. Oh, weiter. Bei Vulcano. Ähm, ja, ich würd' hier noch das andere Curry eben machen. Das kalte Curry. Das kalte Curry. Wie hier richtig oder falsch? Ja, hier so links, ne? Das soll einfach nach deiner Regel gehen. Nee, da sind wir schon durchgelaufen. Wir bist hier schon... Ich seh' halt da hinten noch so'n... Kann mal jemand vielleicht da hinten den Dud anschießen? Ich hab' halt nur meine Dingsbums gern. Ja, ich kann den noch schießen. Warte! Warte, warte, warte! Leute, ich hab' meine Betäubungsdings dabei. Können wir vielleicht einen der Fledermäuses betäuben? Kannst probieren. Ich hau' den einmal an, okay? Warte dann, aber ich hab' keine Pfeile dabei. Ich hab' die noch draußen lassen. Ah, ich? Okay, ich würd' hier gern da, wo der Bodi in der Wand ist, den, den... Dann macht ihr das hier, versteckt mich hier so lange. Okay, okay, bist du bereit? Ja. Zählen die jetzt so bis drei oder so? Also, wir sollten das schon zusammen machen, oder nicht? Ein, zwei, drei. Aber ich hab' ja keine Betäubungsfeile. Ja, dann wirst du die aufteilen. Mach' das mal effizient. Oh, hier ist direkt einer und der will uns. Der ist direkt einer. Ey, Leute, wollen wir die Betäubungsfeile aufteilen? Kevin hatte ne gute Idee. Ja, warte, dann geh' ich mal in meinen Pingu und tu dir die in meinen Pingu, okay? Du hast mal geschossen. Ja. So. Wie viele habt ihr denn? Ich hab' dir 22 reingetan. Ey, nicht den Pingu-Clown! F-drücken! Und ich seh' nur, wie du einfach meinen Pinguin gemobst hast hier. Kleiner Dude. Ja, süß, Karin, der schwummelt! Wuppe-dup-dups! Braves Tierchen. Okay. Are you guys ready? I'm ready! Ich muss einmal einen Pfeil reinstecken in die Flinte, so. Ich dachte schon um meinen Pingu. Ich dachte schon. Hallo. Hallo! Der hat immer seinen Mund offen. Was willst du denn essen? Ich hab' auch gerade meinen Mund offen, okay. Das ist Konzentration. Der hat immer den Pinguin. Ja. Der konzentriert sich auch. Kannst du den rechts machen? Ja, ja. Den... Wer hat denn höheres Level? Rechts sind einiges mehr. Ich hätte gerne... Uh, der kommt schon auf uns zu. Okay, dann. Ballade rauf, ballade rauf. Schön viel... Betäubungssachen. Betäubung. Betäubung. Da sind viele jetzt. Na Edi, ich hab' die Tollbuch. Ja, ich seh's auch. Ich auch. Zurückziehen. Zurückziehen. Ah, Edi, verdammt. Bist du ganz gestorben? Da waren fünf von denen. Oh, ja. Das ist auch gut. Ihr seid ganz tot? Naja. Sofort, direkt am Anfang. Okay. Oh, ich kann meinen Pinguin nicht anstecken, zum Glück. Ich hör' Kampfmusik. Ich hör' Kampfmusik. Ich krieg dann auch die Tollwut. Nee, der chillt. Der ist fein. Du hast den Tabu, Diebke? Nee. Ja, hab' ich. Nee, ja. Hab' ich, hab' ich, hab' ich. Ich kann aber weggehen. Soll ich weggehen? Äh, ich... Halt auch Abstand. Von wem willst du Abstand halten? Ja, meine Gruppe. Ich würd gern meine... Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Kannst du jetzt hier rein? Ich muss aber mega schnell hier... Okay. Also ihr könnt rein, ohne euch anzustecken. Glaub' ich. Seid ihr drin? Ja, da sind aber Viecher. Direkt vor der... Also wir kommen da... Rechts kommen wir nicht rein. Da sind Viecher. Ja, das ist dein Problem. Ja, dann... Viechke, viel Spaß dich zu töten. Mach' ich. Geh' weg von mir, Tim! Ich hab' da die Tollwut-Stuh-Held. Vollidiot. Hast du mich grade umarmt? Hörst du mich nicht husten? Sag' mal Corona. Corona. Also Corona sagt aus. Ist dein Hustner-Dude-Rennen. Hier, dann kuschel mal mit meinem Pingu und ich versuch' das zu regeln. Hallo. Okay. Rechts, 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 rechts. Direkt rechts ist einer. Oh Gott. Das stimmt, ja. Ey, ihr könnt doch hier lang laufen. Nein! Könnt ihr nicht. Er sterbt ihr. Sehr gut. Deine, die, die, die zu. Ah, ja. Okay. Richtig wenig von den Pflanzen. Ich krieg' ich ja beide betäubt. Ja, aber ich würd' ja eigentlich... Ich würd' ja die Pfeile am besten wechseln in der Nacht. Ich würd' ja schon wieder in die Wand geschossen. Jaaa. 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 Ist ja ganz anders so. Oh, 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 oh. Jaaa. Ich hab' ich sowieso wieder... I don't want to die because of this cold weather. Ah, ich betäube beide. Leck? Jaaa. Ja, ich glaube auch. Ich hab' all das Leben, bitte. Ja, ich auch, Mann. Ah, jaaa. Ich auch. Ich darf das. Ne, rennt doch noch mal raus und schmus mit dem Lagerfeuer. Ich regel und sag' euch Bescheid. Ich dachte, wir überleben das schon. Das Witzige ist, ich verdurste ernsthaft gerade. Ist schon. Ich hab' wohl aus Panik ganz viel getrunken. Kann es sein, dass ich nicht einen treffe hier? Kann irgendwie sein, weil die kommen... Die roten? Ah, okay. Wenn du halt einen roten Hitmarker hast... Ah, lol. Noch nie drauf geachtet. Oh, Mann. In Ernst? Und dann sagst du, ich achte nicht auf Zeug. Hm. Ist halt mein großes Vorbild. We don't do that here. Hitmarker, what is this? Also, ich treffe den die ganze Zeit, aber mit dem Dude passiert. Gar nichts. Sie sind einfach immun dagegen. Kann das sein? Oh, 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 oh! Rennt! Ja, das ist schlecht. Ja, hab ich doch gesagt, ihr müsst da aufpassen. Okay, ich hau' den kaputt. Der hat doch nicht stehen, Liebke. Ja, ich hab den... Ich bin halt auch gebodyblockt. Okay, ich muss ganz dringend was trinken, weil ich bin natürlich am verdursten. Hier, renn mal kurz raus. Ich kann auch nicht gleich um eure Sachen. Ja, deswegen geh doch bitte raus ans Lagerfeuer. Nein, nee, jetzt sterbe ich hier noch. Nein, ernsthaft? Geh ins Lagerfeuer. Dafür ist das gemacht. Ich hab mir schon das Bein gebrochen. Ja, rennen. Rennen einfach, weil die Betten haben Cooldown. Oh, Bette. Verstehst du? Die haben Cooldown. Kannst dich halt nicht die ganze wieder beleben. Aber hier ist trotzdem immer kalt. Ja, ich hab doch gesagt, geh zum Lagerfeuer. Dann hör da auf mich, ihr Penner. Ich schleich mich jetzt einfach wieder rein und klau mir das Zeug zurück. Okay, ich schleich mich nicht rein. So, ich bin gleich da. Ich muss halt jetzt... Ach, achso, Leute. Bei Schnee kann ich mein Getränk auffüllen, ne? Oh, falsche Richtung. So. Falsche Richtung. Ich komme. Uh. Falsche Richtung. So. Ich komme. Ich komme. Ich komme. So. Alright. Aber komm mal, ihr müsst halt auf mich hören. Nein, ich hab gesagt, ihr sollt zum Lager vergehen. Ja, ich... Will ich verlaufen. Ich komme. Bist du infiziert? Nein, nein. Ich wurde von Spinnen gegessen. Wie von Spinnen gegessen? Was? Oh, der ist einfach so gestorben. Da steht noch von was? Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. So haben wir mir da hergeront und dann... Ich höre retten. Ich höre retten. Ich höre retten die Schüssel. Oh, vielleicht ist er im Vorurteil. Ja. Ja, ich habe auch geschossen. Oh, mein Pingu ist schon wieder down. Kann man mich jetzt um die kleinen Dinger nennen. Ja, ja. War ja auch mein Plan. Warum passiert das eigentlich immer, wenn wir nicht mit sind? Ne, das passiert auch, wenn du dabei bist, tatsächlich. Anders bin ich an gestern. Ja, doch. Solche Sachen passieren immer. Wir machen mal eben. Guck mal hier. Ich habe eine Idee. So, ich schieße den anderen an und wir zählen den. Wir zählen bis drei. Eins. Wie ich dachte, wir zählen nur bis eins. Mit dir das kleine Dings einfach hinterherrennen und ich vernaschen will. Das ist ja lustig. Okay, ist tot. Da. Alter, was sind ihr für eine Party? Ja, ich kümmere mich gerade noch um den, Dude. Ich weiß eigentlich, wie viel betäumt man. Ja, dann nimm doch einfach die. Ja, aber den will ich doch betäumen, den Dude. Der achtet gerade nicht auf mich. Jetzt achtet der auf mich. Ist wohl Buggy. Du hast gerade schon dein halbes Magazin leer geschossen auf den einen, der hat mir umgefallen. Huch. Ich glaube nicht, dass du da mit der Restmunition noch irgendwas schaffst. Doch. Ich glaube schon. Man nennt das Believe. 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 Aber ich mach tatsächlich irgendwie mit dem... Ach verdammt. Ich mach tatsächlich mit dem Schwert irgendwie keinen Schaden an den Dingern. Aber du bist auch tot für Wiebke. Ja, ich hab gemerkt. Ich kann mich jetzt noch nicht oben nicht mehr retten. Ich bin gerade neu gespawned. Weil die Cooldowns da gedingst. Kannst du noch ein Bett hinstellen? Ja, ja, ist auch noch. Ja. Okay. Okay. Es ist so warm in meiner Bude. Kann ich nicht über die Lade holen. Aber ich glaub da... Habe ich ja gerade. Und das ist ein Bett gebaut? Ist das nicht mehr einfach so... Ist ein Bett gebaut? Also hab ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Warte mal... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Den Bauplan dafür besitze. Sonst muss ich einen erlernen. ja auch ledern holzfasern und auf der cpu so ein bett gebaut ich suche nach wie wollen wir das zeug ohne waffen zurückbekommen ich zeig dir ich zeig dir gleich ich zeig dir kein problem ja ich schaue ja okay also ich zeig dir erst mal stehst du auf guckst links und rechts siehst deine hand denkst du hast deine haare gefährt ich ja ich sehe cool aus oder multipass so dann kommt mal mit guck mal mit guck mal ist ein toller dude ich mach das ich mach das so wir kraulen hier rein warum kannst du eigentlich so rein wenn ich auf dem boden kriechend rein muss dann so einfach drucken neben mir wie druck ich mich ach okay ich bin 100 stunden ich muss ich sagen das sieht uns nicht also ich hab's nicht gesehen so schnell anziehen okay weil mir sind viele sachen kaputt da ist niemand cool das ist mal ein look mein zeug guck mal bitte nicht so ja ich bin ich bin ja marco da ist ein großer grüner strahl kann ich verfehlen ja der grüner strahl ist ja von dem von dem ersten oder von dem letzten echt ja ja nur muss ich es ein bisschen wie bei walheim ist auch stirbst dann sind überall gräber mal hat geschrieben talking about freezing running without your hand who is always a good idea in the winter it is it is that's how we are doing that you know we are from germany it means this is how how we survive in winter you know you know ist auch ist auch ja ja also don't worry ich glaube jetzt ohne schuhe rum okay musste mein party hut hier dann fertig mit kochen okay ich komme wir zwei mal bock mal 54 wie weit war ich muss man zwei noch mal schnell reparieren du kannst dein pelzzeug nicht reparieren dafür fehlt dir pelz nee also ich habe keine dabei ich weiß nicht ob du welche dabei hast sonst würde ich andere schuhe anziehen ja ich habe jetzt sehr auf metall gewechselt aber die haben haben wir nicht minus kälte die sind auch wir haben die wir haben auch ein bisschen warte du bist hier gestorben hier und dann ja ich bin doch jetzt hier drin hier hier kommen wir ja irgendwo hier bist du hier rechts glaube ich oder ein zeug suchen ich töte das ding ist tot jetzt kurz im prozess hier und ist allein zeug das hier nicht das guckt ja ordentlich aus achje achje oje ja gut ähm zwei fehler mal es kommt von hinten hier nicht warte komm mal mit hier hier irgendwo muss das sein hier auf der der seite vielleicht guck mal hier oje ich bin ich bin ja ich bin jetzt auch müssen wir müssen weg voneinander ich bleib hier stehen ja move bleib mal hier wo ist das zeug wird der suchen helfen aber ich habe bin halt infiziert hatte ich sehe helft die suchen ok ich habe so eine versorgungskapsel hier gefunden aber ich kann nicht hin wegen ich warte einfach hier ja wie geht es euch so wie geht es euch so 40 sekunden okay ich bin hoffentlich mal nicht gestorben aber das leben zieht sich hart runter wir finden deine sachen noch ich kann mich mit dem essen nicht mehr holen sox in funny shoes what the hell are you doing what the hell am i doing here oh wait what was ist jemand der dich runter schob alter hm hat keiner am stream geguckt ich war gerade in diesem loch ich bin aus diesem loch rausgekommen what the fuck schon mein herz guck mal hier ist eine leiche tim ich habe ich gefunden ja das ist ja das ist doch die von gerade eben ja was weiß ich hier sind wir dann auf jeden fall falsch mach die mal kaputt vielleicht ja mach mal die kaputt weil dann finden wir die wieder ja aber die andere leuchtete durch nicht ja wir mal hier einfach nicht jedes mal dahin denkst ich hey wo bin ich eigentlich hier ist ein stein könne sah nichts dass wir finden wirklich deine sache nicht was ist die leiche von den pinguinen was ist denn da ist runtergefallen ach so aber wieso ist er denn dahin gelaufen also eigentlich habe ich die so geflohen ich bin ich denn hierhin gekommen gehe ich doch mal weiter ich bin schon fast bei den adlern ok soll ich dir hinterher kommen leider alles gut wir suchen deine sachen also die können nicht weg sein ist das ding ach so ich habe nur keine ahnung wie ich hierher gekommen bin ist halt nicht wie wir deine sachen suchen können hier ist ja also du musst hier hier rechts und dann nochmal rechts gestorben sein also hier bin ich rechts rechts du bist ja auseinander wir sind ja auseinander gedingst als wir das virus hatten bist du da gewesen wo diese brücke war vielleicht kann sein aber ja ich habe eher was anderes hier gefunden guck mal hier siehst du das hier kommst du zu mir schon mal hoch das war ja aber es sind jetzt zwei wenn du die waffe aus der hand legst dann kannst du das vielleicht nicht dass das halt der shit ist jetzt bin ich irgendwo gespawnt wo ich mir hochkomme soll ich dich holen kommen das ist jetzt beim artefakt hier ich bin hier gespawnt ist nicht so schlimm du kannst ja beim artefakt langlaufen ja warte dahinter ist ein vieh wie dahinter ist ein vieh kann ich das um die ecke rum kannst du eigentlich kannst du mal deine fackel ausmachen weil ich kann gar nichts mehr sehen ja mach das mach das kannst du deine fackel mal bitte weg machen weil ich sehe nichts durch die fackel ich bin nur am heilen so ich bin da da war ein vieh meine ich hinter der ecke ja ich sehe es da ist ein vieh lass mich mal durch ihr könnt es ich glaube und euch sind sogar zwei nicht infiziert okay ich muss mal dringend ja ich habe angst davor ich kenne ich bin so ein schlechter springer ich habe hier nichts könnt ihr hier kann man sowieso nicht okay das ist wenn mein zeug hier runtergebackt ist irgendwie warum sollte das sein ist es ist nicht runtergebackt wenn ich hier gestorben bin das ist ja runtergebackt ist es nicht das wird hier noch irgendwo sein guck mal ich hatte hier gerade irgendwas in der luft gesehen also du musst irgendwie gestorben sein hier oben hier irgendwo in der nähe war guck mal hier zum beispiel ist ein beutel da oben drin hier ja den hab ich auch schon gesehen aber das konnte ich nicht fragen ich mach mal hier hier ist noch ein beutel nee das ist nicht deiner ich weiß auch nicht wo dein staff ist keine ahnung aber irgendwann kann halt das nicht mehr irgendwo sein weil das war hier also da sind wir jetzt einmal rumgelaufen macht ihr mal die leichen von den viechern vielleicht auch kaputt ja haben wir weil wenn das irgendwo da drunter liegt das ist ja nur noch ein rucksack jetzt ja erinnerst du dich noch irgendwie ein bisschen an einen tod ja das war da das war ja da wo wir die ganze das ist ja da wo wir die ganze zeit rumlaufen deswegen das ding ist halt dass die hülle nicht so groß ist dass das eigentlich verloren gehen kann ja also hier ist halt noch eine eine sache oben in der wand gebackt ist das problem ich habe angst dass das genau das ist ja was ich mir vorstellen kann das ist hier ist halt noch einer aber das ist aber wenn du das anguckst da steht das ist von einem dino das ist von einem oc irgendwas ja weil der andere den kann man nicht anvisieren wie man davon aus ist irgendwo weggepackt ja irgendwo packt ja ich glaube leider auch ja dann wenn wir die halt eben die ganzen sachen wieder zusammen fahren ich habe ein bisschen prime fleisch mitgebracht aber deine sachen sind hier nicht mehr leider ja gut mach ich einfach mal so ein bisschen ich habe da nicht so viel mitgenommen hast du was an flinte äh ok trinken essen meine rüstung also meine das hat nicht verlaufen hast du dich verlaufen du hast deine sachen hast du dich verlaufen marco ja orientier dich immer rechts dann kommst du irgendwann an ja es ist noch nirgends so runterspringen weil dann musst du wieder da rüberspringen genau ähm wenn sie versuchen zu öffnen die Fenster zu öffnen und es sieht, dass es sich zerbrochen und über dich fällt wir haben drei Alpharix getötet was oh ah ich weiß, du meinst die Fenster zu öffnen ja 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 ich weiß gut dann musst du aber tatsächlich zurück bringen sonst friere ich hier ich hab früher schon wieder ja ja also hier ist auf jeden Fall kein Schlag dann lass uns rausgehen das Artefakt hast du jetzt aber nicht mitgenommen oder weil du ist wahrscheinlich noch in deiner neuen Leiche in meiner neuen Leiche weißt du wo deine neue Leiche lag? die ist runtergefallen ja ok ganz vergessen ja das kann man echt vergessen ja das kann man echt vergessen dann lass uns einfach eben rausgehen und wie gefallen euch die Höhlen? nice Träumchen oder? okay mhm okay ja aber ganz ehrlich ihr wurdet vorgewarnt das ist ne gefährliche Höhle und wenn man runterfällt stimmt man ganz ja ja deswegen ist alles gut und es ist so ne enge Höhle da kann man sich ja denken dass die Viecher echt gemein sind und einen killen also von daher ja ist ja alles gut okay okay okay